Ich gehe, die heutige Fantasie! Ihre treuen Untertanen trotzten. Vier Streiter, ihr Treuer geben, wollten für ihre Herrin kämpfen. Innerhalb einiger Wochen ersannen sie den ausgeklügelten Plan eine jämmerlich winzige, doch ebenso tapfere Armee gegen das Mondbärenkönigsschloss Nörgelstein zu führen. Mit Erfolg? Tja! Okay. Voran, ihr Schumpen! Der Bär muss für seine Verbrechen büßen! Ha! 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 Ja! Sie waren hoffnungslos unterliegen, kämpften jedoch so verzweifelt, fochten so tapfer, dass der Tyrann ihnen schließlich selbst entgegentrat. Du kämpfst gut, mit großem Geschenk sogar! Doch leider! Wie die Knieschlotte! Ja, leider schießt ich dieses Schild! Nicht vor mir! Feiglich! Und so endete der Aufstand. Mit dunkler Magie entriss der Mondbärenkönig den vier Streitern ihre Kräfte und alle Anwärter auf seinen Thron wurden vom Angesicht des Mondes getickt. Das ist das Schild von der letzten Szene. Der Schild war etwas besonderes. Ups! Denn in ihm liebte die Nacht des Witters der Mondkönig, dessen tapferer Kampf so drastisch geengelt hat. Hey! Da kriegen wir jetzt wohl das Schild! Sehr interessant! Und schließlich haben wir den Schild, ey! Die Kräfte des Ritters übernommen! Juhuuu! So, du hast es geschafft! Ein kleiner, süßer Kid! Probier die Kräfte aus! Oh! Gut gemacht! Können wir jetzt blocken, ey! Können wir jetzt blocken, ey! Luna, komparse! Okay, Butterkeks! Mund zu und Ohren auf! Das ist mein cleveres Jungchen! Denk dran! Du kannst fast jeden Angriff abwehren, ob leicht oder heftig! Solange du dich dabei nicht zerquetschen lässt! Luna, ranzu! Jetzt wehr diesen Alunken ab! Okay! Hast du gesehen? Manche Angriffe kannst du auf den Angreifer zurückwerfen! Oh! Oh! Interessant! Versuche jetzt den Schild nach oben zu richten! Das habe ich schon gemacht! Jetzt richte den Schild nach unten! Und weiter! Luna, komparse! Die beste Abwehr ist des Gegners Angriff! Und der Ritterschild wurde zufällig speziell dafür geschmiedet, magisches Licht umzulenken! Zum Glück für dich! Denn hier kommt eine Kostprobe! Lenk ihn auf diesen Igler! Alles klar! Nein! Ah! Kein Problem für mich! Nein! Der ist doch gern! Ach komm! Herrhahahaha! Wir haben den Ausgang beschworen. Wir sollten uns beeilen, bevor ihre Magie erlischt. Geh Glück, geh mal da rein, wenn du das sagst. Leider hatten nicht alle Marionetten im Schloss so viel Glück wie Kutterow. Winken, Blinken und Nord versuchten zu fliehen. Und bezeigten mit ihrem Leben. Das Mond während Hönigs gewaltige Giertine machte nur zu gern kurzen Prozess mit Verrätern. Okay. Lass mich warten, wir müssen nach oben diese Schreide hätten unverkampen. Du hast gut, sonst ist der Hut ab. Du brauchst Köpfchen, um weiterzukommen. Keine Appe ist perfekt. Such die Schwachstelle. Du musst einfach die Augen offen halten. Apofuck. Jetzt habe ich es erst gecheckt. Zack. Eieiei. Ganz schön heftig. Wie ich soweit ich Zeug sehe. Sehr gut, sehr gut. Da gibt es auch noch ein bisschen was. Ist das ein Haken irgendwie, okay? Brückt uns da irgendwas? Ich glaube eher nicht. Okay, dann geht es wohl weiter. Oh, ein Schloss oder sowas? Ich glaube, ich werde nicht mehr. Die glitzernde Pforte wurde gemobst. Gemobst? Oh Mann. Oh, jetzt fällt MAU wieder ein. Der König hat letzte Woche ein neues Sicherheitssystem installiert. Da ist irgendwie ein Schädel, den wir benutzen können, angeht sich. Was ist das für ein Schädel? Okay. Läuft ja irgendwie ganz gut. Gar kein Ding, so gut richtig. Den Schädel haben wir, denke ich, noch nicht. Ich kenne ihn zumindest so vom Aussehen her nicht. Okay, das war ja kein Ding. Irgendwie. Okay, jetzt kriegen wir hier vielleicht den Schädel, den wir dafür brauchen. Das ist so ein Friedermaus-Schädel-Ding. Kann doch bestimmt uns das nicht machen, oder? Okay, da kommen ein paar Gegner. Ich kenne, ob da noch was passiert, außer die Gegner, die da gerade rauskamen. Da kommen noch mehr, okay. Bisschen Angst, dass wir auf einmal weiterkommen, ey. Also, dass wir da irgendwie in das Ding da reinkommen, auf einmal. Das ist ja nicht so geil. Nutze den Schlosskopf. Aufstehen. Ich glaube, ich habe keinen Schlosskopf. Oh Mann, dann brauchen wir erstmal hier noch einen neuen Schlosskopf. Dafür, dass wir da das geile Level wahrscheinlich aufbekommen. Dann würde ich mal. Oh, das ist für ein Drachenkopf irgendwie, oder sowas. Ich dachte, nee, ist der Diger, okay. Okay. Oh. Nicht so geil. Wir haben ihn die ganze Zeit schön ins Auge hauen, ey. Ist voll gut. Okay. Und so geil. Wir haben ihn wieder. Er ist schon im Auge kratzt, ey. Aber gut, glaube ich. Das ist der Sinn von der Sache. Dass er sich selbst ins Auge pieksen muss, oder so. Oder? Kann sein, dass da irgendwas ist. So, gar nichts, okay. Okay, was ist jetzt los? Okay, was ist gemacht? Quicktime-Events? Es gibt hier auch noch Quicktime-Events, alter Schwede. Sind die kaputt. Okay, wir haben es wohl geschafft. So, wir haben die Spitze des Gefängniskurms erreicht. Aber wo ist die Pforte? Ach ja. Ach ja. Okay, das läuft irgendwie nicht so gut. Nein, mein Schädel. Der wurde mir weggerippt. Okay. Das war ja cool. Okay, kriegen wir wenigstens einen neuen Schädel, ey. Holy shit, ey. Okay, hier müssen wir uns hochflütteln. Äh, wo ist denn mein Vieh? Da ist es. Das war bestimmt irgendwas. Da willst du mich nicht anrotzen, oder so? Da kann man nichts machen gegen, scheinbar. Okay. Vorsicht vor den Suchscheinwerfer-Scheinwerfer. Okay, Suchscheinwerfer. Jetzt geht's aber ab. Oh. 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 Okay, der Gewächshofer-Scheinwerfer. Die nichts mit euch zu tun haben. Oh je. Mein Schädel. Von hier. Holy shit. Das war ganz gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. Blocke wieder. Zack, zack. Kein Ding. Ist schon gut gemacht auf jeden Fall. Viele innovative Sachen dabei. Finde ich. Oh, was ist das denn Schädel? Den haben wir noch nicht gehabt. Das da wird man, das da wird noch. Und ob da irgendwo noch was ist. Ja, eher nicht. Dann weiter nach oben schnipseln. Okay. Da ist die Prinzessin drin jetzt, Jackis. Okay. Rührte sich des Ritters Seele in dem Schild? Oder etwas anderes? Kutaros hat es entflammt. Und er wusste, es war seine Pflicht, dass die Schilds erwiesen wird. Kann man den benutzen hier? Bringt das der? Ist das der? Das gleiche mit diesen Jungflanken. Guillotine, okay. Ich glaube, den haben wir noch nicht, den Kopf. Ist ja ein bisschen blöd, dass wir da immer die ganzen speziellen Köpfe brauchen, die wir einfach noch nicht haben. Was ist das hier für ein Kopf? Ach ja, das ist der Kronen-Kopf-Ding. Bist du mein Ritter ohne Furcht und Tadel? Hol mich hier raus! Sofort! Hehehehe. Diese Rumschweite. Das ist nicht die Sonnenprinzessin. Das ist nicht mal eine Dame. Wenn du so eine Wurfsache hast, ist dann wirklich hofft. Kutter-O-Waffenssache. Kutter-O-Waffenssache. Doch ritterlich, wie er nun mal war, konnte er nie gehen. Oh, Gigi! Hol mich hier raus! Wäre sie doch eine Prinzesse. Ich denke sie gerne an den Köden schreien. Oh fuck. Geh mir den Frieden her! Hey! Okay, das hat geklappt. Okay, da hatten wir keine Block-Power mehr. Und nein, wir hätten da die Königsohle benutzen können und ich glaube den Kopf haben wir jetzt nicht mehr. Scheiße, ey! Dann haben wir gerade verloren. Bisschen Ätzend. Aber egal. Gut, haben wir Pech gehabt. Leider. Ich hab dich wohl unterschätzt. Du bist ein Held oder sowas, stimmt's? Ja, definitiv. Wieso hättest du sonst Kalibros und den Schild des Ritters? Tja, du bist drei Fuß zu kurz und drei Stunden zu spät. Aber danke. Wie frech. Ehrlich, echt. Alter Schwede. Oh, das hört schon ein Tiger an. Ich glaube, ein Zwischenfall fällt gleich über uns her. Oder? Ah doch, da ist er doch. Oh je. Was ist jetzt los? Nein, nein. Wien, nein. Joino. Das hat die schon aufgefordert! Alter Schwede. Die hat die Prozesse hinweggeschnackt. Ich glaub sie nicht. Siehst du den Reißzahn von Tiger? Das ist ein Stück des Moonsteins. Ohne diese hübsche Zahnkrone wäre er nichts als ein Angsthase. Ich glaube wir gegen ihn jetzt kämpfen müssen ehrlich gesagt. Oje, holy shit, was ist hier los? Aua! Ach du Scheiße, was geht denn hier ab? Der spinnt doch wohl. Gut, dass meine Pfoten hier den Boden berühren. Du solltest auch mal abholen. Ach du Kackendreck. Gut, wir haben zumindest den Schädel wiederbekommen. Ich mache Sägemehl aus dir. Ich springe doch schon. Was findest du denn? Jetzt ist die Frage, was... Ach so, das muss ich dann abbeeren. Ah, ich hab's verstanden. Hm? Okay. Okay, jetzt haben wir hingekriegt. Was müssen wir jetzt machen? Gucken, ob wir mit ihm hier irgendwie Ärger machen können. Irgendwie nicht so richtig. Ich ergerte ihn nur so ein kleines bisschen. Okay, was war das? Der der Kopf-Toten Tiger. Sehr geil. Wahrscheinlich weil wir ihn da gemerkt haben oder so. Okay, jetzt haben wir irgendwie keine Power, ne? Okay, jetzt sind wir mit dem Spaß hier der Machen scheinbar. Gut, das haben wir hingekriegt. Der hat schon eine ganz rote Worte. Okay. Mock gemacht. Wie können wir denn wohl? X. Okay, V8. Geht auch ganz schön schnell rum, muss ich sagen. Das kriegt kein Wann. Oh, jetzt müssen wir uns an seinem Page hochflüppeln. Das ist ja geil. Geil. Okay, 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 rauszumit. Saugeil. Wie gut ist das denn gemacht, ey? Oh, wie das aussieht, Mann. Das ist ja geil. Oh, Mann. Oh, was ist jetzt los? Dem Schädel haben wir, dem wir kiechen noch nicht. Was machst du da jetzt, du liebe? Okay. Ach du Wichse. Egal, unseren Tiger Kopf haben wir noch. Nehmen wir lieber irgendwie Totenschädel nennen oder so. Denk uns vielleicht ein bisschen cooler. Na komm, mach schon. Okay. Du Arschkopf. Okay, aber wir haben es hingekriegt dabei noch. Ganz knapp. Wie sauer, ey. Glocken wir mal eine Runde hier. Ich weiß nicht, was er gerade vorhat. Okay. Ach du Alter, mal deinen Schwachsinn. Du bist hinten schon eigentlich nicht so richtig. Okay. Was macht er das wieder? Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal, ähm, die Pralle blocken. Bevor das was trägt. Oh je. Das haben wir letztlich gekriegt, oder? Doch, wir haben es noch hingekriegt. Das war aber Arschknapp. Okay. Okay. Fickern wir dann wieder. X. Fier. Oh man, oh man, oh man. Gehen wir mal diesmal hier rum. Schlipp, 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 schlipp. Okay. Ah, jetzt müssen wir da noch rum. Gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht. Okay, wir sind dran. Perfekt. Du hast fest gezeigt. Oh, stopp's. Zeit für den Gnadenstoß, den machen wir den dann. Viehack? Mit dein Quicktime Event, oder wie? Oh je, ach du Kacke, der sieht ganz schön böse aus. Ich glaub der ist ein bisschen sauer. X. Wird gemacht, Mann. Viehack wird auch gemacht. Ja, Mann. Die Grallen abschneiden. Wie gut. Und jetzt? X wird gedrückt, wird gedrückt. Ich komme mir vor wie ein God of War in dem Bosskämpfen, ey. Von den Quicktime Event hier. Sau krass. Wird gemacht, wird gemacht, wird gemacht. Alle Zähne abschneiden. Kein Problem für mich. Okay. Ja, Mann. Das arme Tigger. Ja. Oh je, Mine. Voll krass. Das war sowas von eklig. Oh, mein Gott. Ich bin ganz voller Tiger-Saber. Hast du eine Ahnung, wie viel ich schon in der Reinigung ausgebe? Oh, hey. Danke für die Hilfe. Ähm, wie heißt du nochmal? Kutaro. Kutaro, ja? Okidoki. Ich bin Picarina. Lass mich dir im Namen der Sonne ganz herzlich danken. Das ist wohl die geilste überhaupt. Ja, Mann. Du gehst mit uns auf den Kopfschädel, ey. Geht hier nur ab. Krötenbein nochmal. Du hast ein Mondstein-Stück gefunden. Sehr beeindruckend. Ich wusste, du bist ein Siegertyp. Ja, ja. Also, wir sollten uns wirklich zusammentun. Glaubst du nicht. Wer ist die kleine Soubrette? Eine Zufe der Sonnenprinzessin? Wo ist deine Herrin? Dir sage ich gar nichts. Du bist ja jemand Besonderes. Habe ich recht? Hahahaha. Das klären wir später. Es ist der Tyrann. Lauf zu meinem Leben. Gebt mir meine Schere zurück. Ich jage euch bis zum Ende des Mondes. Diese Welt gehört jetzt mir. Ihr seid nirgends sicher. Niemals! Oh, Mann. Einfach nur genial gemacht. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Und jetzt? Oh, wir kriegen eine Trophäe. Und es speichert. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, Ben, wenn er die Episode noch an dieser Stelle, wenn das jetzt hier abgespielt ist. Schauen wir nochmal. Wir kriegen noch ein paar Seelen, die wir gerettet haben. und kehren heim. Ja, Akt 1. Immer noch. Verschleppt. Vielleicht ist jetzt der erste Akt abgeschlossen. Das wäre natürlich cool. Akt 2. Die Bilderbücher wurden im Hauptmenü freigeschaltet. Begebe dich in diesen zeitlosen Kinderklassikern zusammen mit deinen Lieblingsfiguren auf noch unentdeckte Abenteuer. Okay. Akt 2. Bei wem trauen. Ich freue mich sehr, wie viele Akte es gibt. Ganz cool auf jeden Fall. Aber, wir machen wie eben schon mal angekündigt Schluss. Ich bedanke mich immer für's Zusehen und bis zum nächsten Akt. Ciao, ciao!